So, und jetzt hören wir nochmal einen Newcomer, Mufasa und Sufjan. Sufjan, der Rap. Welcher Mufasa ist das? Mufasa, der Bulgare. Der erste Bulgare. Raus. Aber die Combo passt. Geile Combo. Nämlich ich Cousin. Ich renn vor dem Kopf, so wie Usain. Zwei Kilo Asch in der U6. Aslachs und nicht Wu-Tang. Ich roll in der Maibach, kein Coupé. Komm mit der Mannschaft, freckig wie Kolumbain. All meine Brüder sind Brüderis nah am Gesicht. Willkommen im Frankfurt Main. Ey Jungs, sag ruhig, wie es ist, Sufjan. Ich liebe den Typen. Ich feier den so krass. Der ist richtig gut. Er ist so ein starker, er hat so viel mehr. Er zeigte auch einfach was eigenes, Bruder. Weißt du, seine Stimme. Der hatte so seine Prime damals. Aber ich glaube, bei so einem Künstler müsste die Prime die ganze Zeit... Da weißt du aber auch nicht, was vertraglich ist. Weil von ihm kam eine Zeit lang voll viel. Und dann kam er erst mal wieder weniger, weißt du? Oder Marketing. Glaub mir. Marketing ist A und O. Vielleicht war er auch Foul. Kann auch sein. Wenn kein Team dich richtig in der Hand hat, kannst du so stark sein, wie du willst. Du platzt einfach nicht. Aber du bist ein starker Künstler. Nur dieses Team. Marketing. Man muss wissen, wie man mit dir vorangeht als Künstler. Dann ist alles top. Ja, das ist gut gesagt. Ist das nicht auf Haftbefehl? Weißt du noch mehr? Weißt du noch? Hab ein Loch im Bein, weil ich ein Rockstar bin? Ja, 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 ja. Der Cezer Bank schon. Ja, ja. Ich mach mein Geld, als dir ein Messer an Kopf. Frag dich nur einmal, wo ist es? Gib mal leer. Ab ein Loch am Bein, weil ich ein Rockstar bin. Ich rob den Laden und mach gewinn. Ich papp die Pille, dann bin ich im Film. Ja, ja. Meine Jungs auf der Straße. Femme umtreppen. Peck sie von Askers, die muckeln. 06, 10, 40, cry. Stich in die Brust. Ja, ich lass ich Blut in Aschute. Drei Nacht mit Buris. Agapaff, Paff Cookies mit Hooligans. Tanz um drei aufs Nacht mit Lucifer. Ja, ja. Gib mir die Stange und du siehst wie der Bubi. Rentschrott die Scheibe mit Ghoulieseckel. Komm, mit Bulg ist sie direkt stechen. Deine Gang mach ich nicht zu sehr. Mit abgesehen wie die Pussies battlen um ihr Leben. Groß geworden Team Meilen. Ja, ja. Komm, laufe Taki, meine Gegend. Du passt getoff auf deine Zähne, Digi. 06, 9, 11, die auf sie rot wie sie mies im Film. Ja. Der Bulgari sitzt mit in den Trönern. Sag mal, er fragt wie sie mies im Film. Ja. Hättet die Ziele und cheese. Ziel und 6, 11. Dann bin ich im Film. Ich kiff, 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 das kiff mit Briss. Dann bin ich im Film. 06, 9, 11, die auf sie rot wie sie mies im Film. Der Bulgari sitzt mit in den Trönern. Sag mal, er fragt wie sie mies im Film. Ja. Bitte, Ziele und cheese. Ziel und 6, 11. Dann bin ich im Film. Ich kiff, 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 das kiff mit Briss. Dann bin ich im Film. Dann bin ich im Film. War's das schon? Was? Boah, habt ihr das gesehen wie die alle weggelaufen sind? Aber, boah, der Song hat sich angefühlt wie 1,20. Ja, wallah. Schlau gemacht, die Leute hören sich das wieder an. Ja, ja. Wallah, ey. Aber der Song war geil, Bruder. Ich schwör ja. Auch krasse Kombi, ja? Ja. Hat gepasst, hat gepasst. Hätte sich erwartet, ja. Hat gepasst. Geiler Song, Jungs. War echt cool auf jeden Fall.